und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TFT Ranked wir versuchen dieses Mal wieder ein bisschen auf Assassinen zu gehen mal schauen ob es das jetzt klappt aber mal schauen ob wir was ob wir was passendes ziehen das ist halt immer die Frage letztes mal normalerweise lade ich die Spiele nicht hoch wo ich achter oder sechster oder siebter Platz bin ja aber vielleicht sollte ich das machen genau wie gesagt das letzte mal wurden wir ziemlich zermalt ja mal schauen wie es jetzt läuft also wir holen uns nicht ihn wir holen uns die Bestien warum weil das ein Paar ist und ähm ein Paar was schon zusammen also in keinem das ist kein Paar also Paar wäre der Kasadin aber zusammen geben sie schon den Bestien Buff und und äh das mag ich lieber als jetzt äh ein Kasadin zu haben der womöglich irgendwann ähm ja vielleicht mal Level 2 wird obwohl Kasadin Level 2 ist extrem OP ähm ja also ich versuch's mal so gut ja so zweimal Evelyn ich hoffe du magst es heftig ich save mir das jetzt mal weil Evelyn so früh zweimal zu bekommen also eine frühe Level 2 Evelyn das wäre schon ziemlich gut vor allem da können wir noch ähm dämonisch gehen genau da äh mit dem Schaden ist halt ja so eine Sache ähm sie macht halt also mehr Schaden wenn ja wenn es halt ich glaube das bekommt er dann genau ähm ja wobei ne das das äh äh blut ist da ist da besser mhm ja das kann auch ziemlich stark sein aber ihn also den Assassinen gebe ich lieber dann ähm der ist schon Level abgegangen äh den Assassinen gebe ich dann lieber äh verstummen oder ähm entwaffnen der hat auch schon einen Kennen geholt ok hm hm so dann schauen wir mal nochmal wie hm hm ja wir gehen jetzt mal glaube ich auf Losing Strike ja ich glaube wir gehen jetzt mal ins so rum ich habe jetzt noch ihn so früh äh äh macht eigentlich keinen Sinn deswegen hm hm ja bei ihr wird es schon Sinn machen ok ok das ist aber jetzt nicht gut dass wir das gewonnen haben so hier ist äh das ist gut Nidalee und er ok wir haben jetzt Level 4 dann holen wir ihn rein oder nochmal ihm ja äh so genau 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 so machen was genau so mach was ja schon wieder der man schauen ob wir ihn dieses mal besiegen aber ich glaube auch nicht der hat leider schon drei Level 2 ja ah das war die falsche Richtung Lady so wir können der Eve jetzt auch mal ein paar Items geben wie wär das äh ich bin als zweites dran wo sind wir hier ok wie wär's mit ner Rüstung wir holen uns jetzt ne Rüstung wir holen uns jetzt ne Rüstung und zwar die da also die Cutter werden wir jetzt nicht reintun sondern wir werden die Rüstung und die Klinge äh verhreicht mit der Klinge ähm die Rüstung und ähm die den Bogen auf eine Assassine tun unserer Wahl mal schauen auf auf wen wir das tun wahrscheinlich auf ihn sehr sehr wahrscheinlich so einmal hier bitte und einmal da danke sie ist jetzt auch Level 2 gut ja mh mit ir mh 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 wir können mit ihnen auch Prozent Frauen hart geben dann um noch was ist los und sich los glaubst du die die schaffen das auch ohne dich Morgel Mörder um das hätte ich gewonnen das ist jetzt ärgerlich aber ja okay dann dann habe ich ihnen Losing Street die einen es wäre einer weniger auf der Liste gewesen wenn du ihn angegriffen hättest du Ulknudel so flieh solange du noch kannst fürchte die Leere Klingmeister ne wir sparen mal ein bisschen wir sparen mal ein bisschen 245 der ist auch schon ein Level abgegangen okay das läuft jetzt was ja mh 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 mhm mh 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 mhm mh 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 Statt den Kasadin rein? Wir könnten ihm jetzt auch Blutdöster geben. Oder geben wir es der Akali. Ne, er ist glaube ich besser, aber Akali macht mehr Magic Damage durch ihre Klingen. Noch ein Item bitte? Nicht danke. Oder entwaffnen. Wir geben ihn auf jeden Fall entwaffnen. Auf jedem. Weil verstummen ist ja nicht so... Muss ja nicht sein. Wegen dem Train, den wir haben. Fürchte die Leere. Oh Gott. Wir haben jetzt ernsthaft unseren Set verkauft. Ernsthaft. Ich hab... Ich hab doch gar nicht geklickt. Oh, so ein... Boah. Das war Level 2er. Oh, come on. Echt jetzt. Den hätten wir locker gewischt. Locker. Oh, Mann. Oh, Mann. Was... Was ist... Was ist das denn für ein Kack jetzt? Ich verkauf einfach... Ich... Ich wollte hier... Ich wollte den verkaufen. Oh... Das tut so weh. Das tut richtig, richtig, richtig weh. Oh, ne. Hey. Was ist denn los? Come on. Ganz ehrlich, dann bekommt der halt den ganzen Schmorder. Shit. Was denn da passiert? Hey. Hey Seth, wie geht's dir? Oh, nein. Oh, nein, aber... Oh, nein, aber... Ja, cool. Cool. Gut, also... dann wollen wir setzten vom neuen auf und es ist ja egal das hat uns nur ein bisschen was gekostet Prozent Katar ist auch ein Assassiner schön dann versuchen wir es halt jetzt so ist halt er jetzt nur noch ein Level 1 aber was soll man machen das ist mir noch nie passiert und ich spiele das schon oder schon viel wir müssen mit dem wir müssen mit unserem Versagen lernen umzugehen hat uns halt er jetzt will ich also ich würde sein das hat uns jetzt gut 20 20 Leben gekostet die er die letzten beide und das da hätte ich locker gewonnen Loser Loser so wir haben hier ist eine Akali das ist meine das ist meine wenn es nicht meine ist dann ist ähm das ist meine so wenn die weg gewesen wäre hätten wir uns eine Träne geholt für den Speer so jetzt verkaufen wir setz nochmal und geben alles der Akali oder das Problem ist ich kann nicht alles der Akali geben das ist da auf jeden Fall und das da daraus muss ich irgendwas bauen und das da bekommt sie ok das ist das ist krass Items aber trotzdem es geht ums Prinzip wir können jetzt die Monen aufheben müssen wir aber nicht muss man aber nicht ist mir sowas von egal das war krass die hat viel der Mensch gemacht krass der ist auf jordel das ist nicht gut die Leute ist gar nicht schlecht gegen uns jordel ist pretty im Kürtel jetzt brauchen wir wir könnten äh einen Stab gebrauchen dann bekommt sie Solari oder ja irgendwas anderes mal schauen wow red buff ok akali mit red buff interessant so ich muss nie sein ich muss nie sein hat sie ich muss nie sein ich muss nie sein hat sie den sollten wir auch erwischen dann kommt noch an ob sie es schafft sie zu schafft sie nicht ok dann schaffen wir es nicht sie hätte ähm äh ja sie hätte die Tristaner ähm entwaffnen müssen dann hätte ich schafft aber so natürlich nicht so nicht so hier ist nochmal schön das ist gut dass wir den Level abhaben na 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 hm 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 holen wir uns mal sicherheitshalber ui das ist schlecht dass der nicht rausgegangen ist das ist sehr schlecht das ist sehr schlecht wieso ist der nicht rausgegangen ich war doch hier ha ha und da ist uns äh euch was aufgefallen ich bekomme jetzt kein Set mehr hehehe das ist jetzt ziemlich beleidigt fahrt das ist ein soll ich ja da haben wir uns vom Teufel spricht ne ich gehe noch ein bisschen weiter schräg all deswegen Prozent jetzt habe ich gut wie wir es finden Baff bekommst Gnade Annobe ist natürlich ziemlich für mich versuchten nicht so was von mir jetzt um ein von denen erstens kohle und zweitens bogen ok im moment sind wir sechs mal schauen ob wir es nach oben schaffen darauf würde ich aber nicht wetten weil der gibt es in nobel und wobe ist extrem 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 stark gegen extrem stark wir könnten ihn jetzt auch ein tun einfach oder morgana oder ihnen so viele möglichkeiten sie tue ich mal raus in durch das kennen so okay also wer von den beiden als erstes level 3 wird ersetzt dann spain von spain extrem gut ist sie kommt rein Eins, zwei, drei, vier. Okay. Gut, jetzt haben wir Assassinen und Ninja. Mit Möglichkeit auf, ah, wozu hast du eigentlich Entwaffenen? Ah, ich muss, er muss die schneller machen. Ah, Evelin, wieso hast du Entwaffenen hier? Ah, das ist gut. Warum? Ja, weil, was ich sehe, gerade verkauft. Okay, gut, 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 also. Kali haben wir immer noch Level 1. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Gut, Stille. Ohne Gnade. Der Tod erwartet dich. Ich weiß nicht so recht, ich weiß nicht so recht. Die muss auf jeden Fall schneller werden. Das ist unser Untergegen, unser Untergegen. Wie lange der... Cool, schon wieder, okay. Ich lasse mal die... Ninja ist in Ruhe, und die Assassinen. Gut. Danke, für dich zu schauen, bis zum nächsten Mal. Bye.